Bevor es jetzt losgeht, checkt gerne meinen Partner ab, Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Rocket League Items, Chests und Keys kaufen und auch verkaufen. Und mit dem Gutschein-Code AnyArt spart ihr dabei noch satze 3%. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, herzlich willkommen zu Rocket League mit Dom wieder mit am Start. Dado und der Yannick. Oh, sorry. Hä? Okay, let's go. Wow. Ich habe aus Versehen gedrückt, tut mir leid, meine Hand ist ausgedrückt. Ja, wir haben auf einmal alle. Ja, ist doch trotzdem random. Ja, bleibt ja, irgendwo bleibt es ja random. Aber nein, ich habe absichtlich natürlich Doms Team gewählt. Ich bin nicht eingespielt, ja? Ich sage es nur mal. Oh, das war schlecht. Oh, make me, make me. Ach, er fährt einfach dran. Das war die Taktik. Ja, welche denn, die daneben schießen? Nein, die des Passens und passen und passen und dann Tor. Der Doppelfake. Erst ich da so, dann hat Dom angetäuscht, als würde er aufs Tor schießen und in Wahrheit habe ich ihn dann reingemacht. Ja, war vorher auch so, äh, vor der Aufnahme so abgesprochen. Du warst nicht auf der rechten Seite, glaube ich, ne? Ne. Au. Okay. Ich gehe nach hinten. Ich muss ihn erst mal mitnehmen hier. Oh, nee, warte. Was ist denn, wir sind so weit nach vorne noch geflitscht? Geflitscht. Geflitscht. Boah. Ach, schade. Aber jetzt. Nicht. Ich wollte nicht, keine Sorge, alles gut. Das ist eigentlich so, dass du da wieder rausfährst und dann den Ball. Ja, ja, so, nee, nee, Dom, du kriegst kein Tor. Nee. Geiste des Teams habe ich dann gedacht, okay. Ah, ah, nicht. Wow. Doppelschwung. Kein Boost. Sehr gut. Kein Problem. Okay, hast du. Uh. Oh, den kannst du gerne nehmen. Ja. Oder auch nicht. Okay. Ich wollte eigentlich den Boost haben, deswegen. Oh, nein. So, ja, den Boost kriegt Janik auch nicht. Ich bin richtig weit weg. Ich habe ja noch Boost. Jawoll. Aber es reicht trotzdem nicht, an den Ball zu kommen. Ich bin voll da umgeflogen, da. Von Basti irgendwie. Ja, da, stimmt. Hättest du dich nicht erworiert, Janik? Ich wollte gerade sagen, dann wäre der nicht reingegangen sogar. Ja, ja, ja. Oh, Vorsicht. Dann musst du mal einen neusamen probieren. Erstmal. Okay, schön. Der fängt Basti, ich sehe das. Und den machst du jetzt rein? Nein. Ich bin eben zwar. Oh, nein. Gut in die Richtung gespielt, Basti. Ja, ich wollte ihn eigentlich. Ich bin eben zwar. in die mitte kommt noch immer damit sein ansagen hier ja der kam dann noch irgendwie oben in die danke danke oh nein alles gut sorry oh nein was passiert da gerade was drin ich bin auf dem weg zurück ich bin im tor ok ja der war kommt noch mal radalein speck schönes ding voll fixiert ich bin in der mitte gibt der doch gar nicht so nicht jetzt bin ich hinten ja kommt ja auch zu dir oh was ist das denn hier den hol ich das wird mein schwar also schuss pass siehst du genau so meine ich das mit dem abfall habe ich nicht recht jawohl was ist die schon los ja war schon auf dem vorwärtsweg nicht wirklich bryd dasselbe tör nur andersrum Also mehr oder weniger. Ich wollte schon wieder so hinterher fahren. Ah ja, war aber blöd von mir, da oben getänzelt. Ich dachte, du würdest sie früher hochflippen oder so. Oh, was ist das schon wieder? Ja, erstmal niemand da. Ah, da kommen wir nicht ran. Oh, schön. Oh, ein schönes Tor. Sieht man meinen tollen Flügel? Ich glaube nicht. Hä, wäre der rein? Der wäre aber rein, oder? Was? Nein, leider nicht. Sag gerade so aus aus der Perspektive. Bei D-Spiel vielleicht. Oh, ganz schlecht. Oh, schön. Los, Basti. Ich hab keinen Fuß. Ja, dann fahr doch nicht an dem anderen vorbei. Oh, Basti. Hallo. Jetzt komm. Ja, wie soll das denn gehen? Was sind alle da eigentlich gerade? Oh Gott. Ich hab mich grad nicht verdrückt. Oh nein. Ich könnte noch nie einen Wust haben eigentlich. Schön. Alles gut. Nein. Ja, ich müsste noch zur Seite, sonst hätte ich ihn gar nicht gehabt. Oh, lol. Gefällt mir nicht. Jetzt da, du. Schön. Oh, um Gottes Willen. Und jetzt deiner. Nein. Doch, doch. Ja, nein. So, fang dich. Alter. Da sind wir auch nicht mehr hin. Puh. Schön. Er ging auch perfekt auf den Winkel dann. Haben noch Zeit. Ja, 17 Sekunden. Oh. Schön hoch. Der kostet Zeit. Ich nette. Passt die nicht so hoch. Jetzt nochmal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du hast doch nicht den Boden da. Du hast doch auch nicht geerbt. Oh nein. Ganz schön knapp. Puh. So. Jetzt aber. Oh, nicht gut. Du musst zurück, Bastille. Ich flieg zu weit. Auf den Weg. Ich frage mich ein bisschen bis ich da bin. Okay, der ist drüber. Passiert nicht. Du hinterher. Ich bleib mal kurz im Tor. Wow. Hat er. Ich dachte, du bleibst im Tor. Ja, dann bin ich raus. Oh, der ist gut. Ja, der kommt gefährlich. Schön. Nein. Aber Bastille ist auch nicht schlecht. Aua hat gerammt. Nein. Redig um. Redig um. Jetzt für dich. Hat er nicht. Nein, der kann man noch halten. Ja. Oh Gott. Mit letzter Kraft. Ich hatte nämlich keinen Boost. Nee. Zum Glück gehabt's. Aber ich hab dann gedacht, es kommt keiner mehr. Und dann höre ich noch Dalu. Hast du was? Ja, okay. Ja. Oh nein. Oh. Weggeschubst worden wir vom Dom hier. Oh, nö, 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 nö. Moment doch. Guck nochmal hier ganz genau hin. Da. Ja, na. Ich fahr halt. Wurde mein Verteidigungsversuch denied. Ja. Schade. Oh nein. Sorry. Ah, hab ich. Nein. Was? Ah, schade. Ah, ich versuch zurückzukommen. Nein. Schönes Ding. Hab ich noch weh. Ah, ich bin. Ja, der kommt. Gut. Oh. Oh nein. Oh nein. Ja, der kommt. Ja, ne. Dann hättest du dracken müssen. Ja, eigentlich war ich mir auch ziemlich sicher, dass ich den kriege. Oh nein. Ah, ne Mist. Komm von mir nochmal. Ja. Oh, doch nicht. Oh, lol. Wo der abprallt. Krieg ich ja erstmal so. Jetzt warte ich auf Yannicks Pass. Da. Da freu ich nochmal dazwischen. Huh. Eee. 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 So. Juhu. 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 Gerne mit dem Tor wieder. Ja. Hahaha. Kann natürlich auch nicht hingehen, aber. Ja. Wann wäre das sonst nicht rein? Ja, oder? Hätte Dominion anders gespielt, wenn ich nicht da gewesen wäre. Lol. Was war das? Lol. Was war das denn gerade? Wie hast du das denn geschafft? Wie hab ich das denn gerade nicht? Wenn ich da jetzt nicht schnell reagiert hätte. Haha. Es hat mich immer auch maximal irritiert. Wie kann ich denn so einen hohen Schwung machen? Ja. Ah, kaputt für den Auto. Eee. Entschuldigung. Eee. Ja, ja. Deine. Bin tot. Äh. Danke. Schade. Ah, mach du mal weiter. Oh, sorry. Ja, ja. Jetzt komm. Ich hab Yannick gerammt. Ah, Alter. Nur übers Rammen, ne? Ja. Hast du dich gerade einzerstört? Aus Versehen. Ich meine auch. Ich bin nur gerammt gerade. Ah. Ja, das können sie. Moment mal. Oh, nein. Oh, der war echt. Ey, schon wieder, ey. Ja, du fliegst mir in die Fresse. Fliegst? Ich stand da. Ja, doch. Ja, wie du standest da? Ja. 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 Ich bin noch zu weit. Egal. Hab ich noch mal? Oh, lol. Der Welt kommt noch mal dagegen. Sorry. Oh. 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 Aua. Oh, nein. Hups. Ja. Richtig. Oh, oh. Ah. Ja. Oh. Schön. Boah. Boah. Ja, der war, der war zu schön. Ja, der war zu schön. Ja, der war zu schön. Ja, ich war auch noch da. Da ist ein bisschen noch. Und dann, das hat die Glückerei. Ja, wieder so ein 3-2er, ne? Komisch. Der schießt noch zwei Tores, kein Problem. Oh. Oha. Leider nicht drin. Leider nicht. Leider nicht. Ja. Kann ich nicht, hm. Was? Hat er geblockt. Ja. Ja. Ist ja immer noch gefährlich. Oh. Schaden. Ey, jetzt hört doch mal auf. Es ist nie wieder mit euch. Fertig? Nein. Ah, Mist. Ich stand noch da. Ja. Ja. Oh. Ja, da sitzt er nochmal nach. Basti, jetzt komm. Ja. Nein, der hat ihn nochmal getroffen. Ja, der hat ihn nochmal getroffen. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Oh, böser Ball. Wow. Oh. Ein Traumtor. Der war schick. Ja. Mit dem Ball hab ich nicht gerechnet. Und dann, dass er ihn so noch reinmacht. Ja, der ist der zweite. Der war nice. 4-2. Was willst du? Oh, oh. 5-4-3. Schön. Hat er noch nicht. Ja, Mist. Die Schorger seitdem verfehlt waren auch da. Da, guck. Ah, kurz. Hat er überlegt. Hat er überlegt, ob er die verdient. Muss ich da mal? Ja, ja. Geht der? Passt der? Kommt ganz runter. Ich läfte die Party, alles klar? Jetzt, Janik! Nein! Okay. Und weg. Das Arme. Geh raus damit. Das war die Schuss. Boing. Nein. Oh nein, was? Nein. Ja, Party was destroyed. Habe ich jetzt hier stehen. Okay. Die destroyed. Wer hat sie kaputt gemacht? Nein, müssen wir ja nicht. Meinst du nicht? Noch, noch nicht. Das ist alles gut. Aber die Party war nur destroyed. Ich bin der neue Teamleader, geil? Partyleader steht da. Bei mir steht Teamleader auf Deutsch. Oh! Oh! Okay, schade. Huiuiui! Schade Schokolade! War aber eine geile Folge! Bis dahin, Jungs! Tschüss! 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 Are you? We're pretty sure!